Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Ja, wir sind auf der Hildegard 3. Lilly hat einen neuen Haarschnitt, den sie sich gar nicht mal selber verpasst hat. Und, ähm, ja, Aiko bewundert gerade ihre Frisur. Ah, aber Lilly, was ist mit deinen Haaren passiert? Prinzessin, wie darf man das verstehen? Ich hab's, das war bestimmt Zitane, er hat wieder irgendwas Gemeines zu dir gesagt und deswegen... Kerl, Kerl ist das wahr. Hey, verschone ich mit deinen überstürzten Schlussfolgerungen, ne? So ist das, Aiko. Was? Lilly, du kannst wieder reden. Ja, bitte entschuldigt, ich habe euch allen Kummer bereitet. Ach, was? Sag doch sowas nicht. Aber was ist denn nun mit deinen wunderschönen langen Haaren passiert? Stehen, stehen mir kurze Haare etwa nicht? Nein, 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 das, das meine ich nicht. Sie stehen dir sogar sehr gut. Danke, Aiko. Schön, dann sind wir uns ja alle einig. Elin, du weißt, wo wir hinfliegen? Aber natürlich, zur alten Hochburg Ibsen, auf dem vergessenen Kontinent. Richtig. Ich hoffe, dass wir dort das Rätsel der Insel des Lichts, die ja der Schlüssel zu Terra sein, so lösen können. Wenn es uns gelingt, nach Terra zu kommen, dann erfahren wir endlich alles. Entschuldigung, falsche Domlage. Wenn wir es schaffen, dort hinzukommen, erfahren wir endlich alles. Ja, ja. Was Kuya eigentlich vorhat und was er mit all seinen Taten eigentlich bezweckt. Ich habe die Position der alten Hochburg Ibsen nach den Angaben, das der Herzogin eingetragen. Mit 1 ruft ihr die Karte auf. Außerdem könnt ihr den Autopiloten aktivieren, wenn ihr auf einem der erleuchteten Punkte die X-Taste drückt. Zur Steuerung im Autopilot-Modus findet ihr alles erklärt, wenn ihr bei aufgerufener Karte die V-Taste drückt. Also, wenn ihr die Gruppenmitglieder wechseln wollt, dann wendet euch einfach an mich. Es wird mir eine Ehre, wenn ich euch zu diensten sein kann. Aui. Na, na, nicht so steif, mein Freund. Genießt lieber die Reise. Ei. Ja, wir nehmen jetzt die Burschen wieder mit. Die haben hier 40, ne? Die Aiko auf alle Fälle. Die arme Haut, ne? Die Aiko kommt mit. Der liebe Steiner kommt mal mit. Und der liebe Quina kommt... Oh, warte. Steiner war schon da... Was? Hä? Eins, zwei, drei. Es bleibt ja einer üblich scheißen. Dann nehmen wir Quina mit. Ähm. Statt Steiner werde ich Mahagon, glaube ich, mitnehmen. Oder ist irgendwas schwächer beieinander? Lass ich ja nicht. Lassen wir es mal so. Lassen wir es mal so. Ist eigentlich wurscht. Können wir es so lassen? Ähm. Bitte. Das passt. Na. So. So. Jetzt müsste es passen. Na. So. Wir können jederzeit wechseln. Wir haben jetzt die Hildegard 3. Über den Wolken haben wir es Erfolg bekommen. Luftschiffsteuerung. Entschuldigung. Wir sind gerade überliebt. Blumen. Luftschiffsteuerung. X vorwärts. V ins Schiffsinnere. P rückwärts. C aussteigen. 1 K der Aufrufen. G. H. Kamerasteuerung. Und F Kamera fixiert. Alles klar. Hui. Jo. Wo sollen wir denn eigentlich hin? Wir können jetzt über. Huch. Aha. Seitenverkehrt. Wenn du nach oben drückst, fährst du runter. Wenn du nach oben drückst, fährst du nach oben. Äh. Das muss ich mir jetzt erst wieder angewöhnen. So. Wohin sollen wir denn am besten? Wir können jetzt überall hin. Was ein Vorteil und ein Nachteil ist. Ähm. Ja. Wir können es. Hoppala. Entschuldigung. Verdrückt. Verdrückt. Entschuldigung. Aber. Sollen wir einkaufen gehen? Wir werden normal nichts haben, oder? Ah ja, stimmt. Nein. Was mache ich denn? Das wäre auch eine Idee. Da können wir noch mit den Leuten reden. An Bord gehen. Ähm. Matrose. An Bord der Hildegard 3 gehen. An Bord gehen. Und auf die Brücke. An Bord gehen. Und in den Weltenmodus. Nicht an Bord gehen. Ja. Wir machen mal die Brücke. Da können wir nicht mit den Leuten reden. So. Langsam. Servus Margo. Wie geht's denn? Um also die andere Welt zu finden, müssen wir die eigene durchqueren. Ja. Genau. Wusch. Ah. Zitane. Geht es also weiter? Ich mache uns sofort startklar. Was? Da ist was? Tatsächlich. Was haben wir denn da? Zelt erhalten. Wichtig. Das ist auch recht wichtig, dass wir da durchschauen. Elixier erhalten. Ging es auf der anderen Seite eigentlich auch runter? Nö, ne? Nein. Hallo Vivi. Ich liebe Windmüll. Ich mag zwar hohe Orte nicht, aber ich liebe Windmüll. Ich sag's dir, ich liebe Windmüll. Und Freya, wie geht's dir? Wäre Bumerkir im Besitz solcher Technologie gewesen, hätte dies dann zu größerer wirtschaftlichen Blüte geführt oder doch nur zu mehr Kriegshunger? Hm. Oh, Entschuldigung. Das ist die Frage, ne? Was kann man so nicht sagen, ne? Aber wenn man generell eher zu einem kriegerischen Volk neigt, also eines zu sein, dann, ja, wird eher mehr Krieg dabei rausschauen. Wann haben wir denn da? Der Antrieb arbeitet im grünen Bereich. Jawohl. Oh, da kommt die Quina. Hallo, Quinalei. Diese Feuer hier erinnert mich an meine Kochstelle, Mann. Die krieg' auch wieder Hunger. Ah, ich freue mich an meine Kochstelle. Ich freue mich an meine Kochstelle. So, was haben wir denn hier schönes Lillimäuschen? Wie geht's dir? Bevor ich wieder versage, muss ich nach vorne blicken. Verzage, Entschuldigung. Versagen werde ich, hoffe ich nicht. Aber bevor ich wieder verzage, muss ich nach vorne blicken. Ich darf der Realität nicht im Rücken kehren, wenn es noch eine Zukunft gibt. Jawohl, ganz genau. Kann ich da mal vorbei? Hi, Eiko. Das arme Schiff fühlt sich in dem engen Hafen bestimmt auch nicht wohl. Wir müssen wegfliegen hier, Zitane. Gib mal Stoff. Wenn Alexandria wieder aufgebaut ist. Vielleicht sollten wir dann auch über eine Luftschiffmanufaktur nachdenken. Oh, wenn wir schon dabei sind, dann, das war doch eh schon bestimmt. Du bist, glaube ich, der Gruppentyp, ne? Aber wir sind ja eigentlich zufrieden. Halt, wir sind zufrieden. Ja, Zitane austauschen. Ich wünsche euch alles Güte. Danke. Elin. Ja. Auf geht's. Wir haben ein bisschen was mitnehmen können. Zwei Atems. Halt. Ja. Ich möchte vorwärts. Wie war das jetzt nochmal schnell mit vorwärts? Ah, so. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinfliegen sollen. Ähm, ob wir schon zu versagten Licht und so fliegen sollen. Wir können ja wieder, wir können, wir können alles machen. Wir können sehr viel machen. Eigentlich. Es wäre halt auch mit schlecht. Warte mal kurz. Huch. So einfach geht das? Einfach mit C? Ich wollte noch ein Stückchen nach vor. Warte. So geht das nicht. Rein da. Noch ein kleines Stück nach vor, bitte. Ich werde mich an das nach vor nicht gewöhnen können. So. Jetzt absteigen. Ich will nämlich da ins Tor rein. Ähm, ich glaube, war das nicht das Tor zu, 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 genau, das Südtor. Da müsste nochmal irgendwo eine Kiste und so sein. Ach, das war das Tor. Fix. C. Fix noch einmal. Naja, gehen wir halt was saufen, ne? Aber ihr seht schon, ne? Wenn man irgendwas vergessen hätte, könnte man hier jetzt quasi wieder nachholen. Komplett Heilung. Jawohl. Können, haben sie jetzt eigentlich das Tor hier schon mal repariert? Na. Brauchst die gar nicht denken, dass die das machen. Tab, 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 und einsteigen. Also wie gesagt, ihr seht schon, man kann hier eigentlich überall hin. Nach hoch. Nun wollte ich jetzt eigentlich zu einem bestimmten Tor rein, weil... Das muss doch da drüben sein. Wo ist denn das Tor? Zäh fix. Da gibt es ein Tor, da will ich rein. Halt. Boah, ich sehe nichts. Äh, rückwärts? Geht's rückwärts auch? Na, ich verdrück mich schon wieder. Oh, zäh fix. Entschuldigung. Weiter, bitte. Kehrt Marsch ein bisschen. So. Da muss es noch irgendwo ein Tor geben. Ich bin mir recht sicher. Hier drüben war da eins. Na. Das wäre auch ein Bödsinn, wenn da eins wäre. Das ist nur das Erddrachendor, ne? Wie, ne, doof. Irgendwo war doch noch eins. Und zwar suche ich hier das andere Tor, wo man... Das eine Tor, wo man nach Alexandria kommen kann. Aber da gab es noch das... Achso, es muss die andere Seite, müsste es da... Na, warte, von den Blumen aus, na. Von den Blumen aus müsste es doch... Ach, scheiße. Ich scheiß drauf. Ich habe da nämlich ein bestimmtes Wollen mir anschauen. Vielleicht eher das hier. Vielleicht eher das hier. Na, komm, ein Stück nach vorne noch. Vielleicht eher das hier. Das ist leicht, mühselig. So, aussteigen bitte. Ich will nämlich da noch reinschauen. Da gab es nämlich noch ein oder zwei Kisten. Ich habe es total vergessen, wo. Ha, da waren wir auch noch nie. Hallo, wer bist denn du? Vielleicht Mognit? Moskow. Na? Nichts. Dann nehmen wir noch die Kisten mit, würde ich sagen. Das ist voll ruhig. Lauf, lauf, lauf. Das Tor habe ich auch nicht gemeint. Voll lustig. Aber es ist wurscht. Nehmen wir es mit. Nehmen wir die Sachen mit. So. Jawohl, 3.206 Skill. Das ist viel. Das ist viel. Gut, ich glaube, wir haben es. Dann hauen wir wieder ab. Ich habe das auch nicht gemeint, aber es ist wurscht. Ja, dann würde ich sagen. Eher Quest weiter, ne? Finde ich gerade ein anderes Tor. So. Das wäre aber schön Karte, ne? Das heißt, wir müssen eigentlich hier rauf, ne? Esto Gaza eigentlich. Und da müsste es irgendwo sein, ne? Das müssen wir suchen. Das heißt, wir könnten eigentlich nach unten fahren. Zu schräg ein bisschen. So. Toll. Wie muss ich mich jetzt drehen? So. So, und einfach da los. So. Und wie fällt die Richtung? Da kommen wir schon hin. Oh. Na, da haben wir nicht genug Geld, oder? Haben wir genug Geld? Ich bin gerade am überlegen, ob wir bei einer Auktion... Ah, nein. Nein. Nichts gute Idee. Haben wir nur 60.000. Haben wir nur 60.000. Knapp 60.000. Ist keine gute Idee. Nichts gute Idee. Na, na. Schauen wir zuerst mal dorthin. Suchen wir mal dieses... Dieses komische... Dieses komische... Dieses komische Ausdruck. Ja, genau. Da wollte ich jetzt ungefähr. Bisschen geflicker vielleicht. So. Langsam. Das hat echt kein Motto mit so einem Luftschiff, ne? Da irgendwo sollte die alte Hochburg sein. Nach drüben. Ist das ja bei einem Moor... Nein, das ist kein Moorast, oder? Hier? Beim Eis? Moorast? Oh. Was haben wir da? Der Vulkan. Schön. Das wird's aber auch nicht sein, wo wir hin müssen. Hier. Verbrenn mal. Vielleicht. Also, wie Ben. Was haben wir denn da? Was bist denn du? Schaut auch komisch aus, oder? Verdächtig. Aber da scheint's auch nicht zu sein. Das? Das hier war doch das... Oder wo wir vorher waren. Das ist gut, aber richtig. Das ist die Frage. Wie wir überhaupt richtig sind. Ja, haben wir da schon geschaut. Hui. Ja. Das könnte aber auch der da drüben sein, ne? Das ist aber der äußere, ne? Das müsste der äußere Kontinent sein. Genau. Und dann ist es noch da drüben. Na? Oder doch? Baum Ifas. Dann könnte es doch hier der Baum Ifas sein. Ist hier was versteckt? Nein. Ach so, das gehört doch irgendwie alles dazu, ne? Hä? 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 Was ist denn das denn Wasser? Ach so, das sind nur Spitzen, ne? Na, der muss schon da rum sein. Der Vergessene ist schon die Eis-Geschichte. Was muss da rum sein? So, ein bisschen höher. Ich find das nicht an. Keine Chance. La, 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 la. Ich stell mich an. Ich stell mich an. Wie der letzte Mensch. La, la, la. So, die Ypsen. Oje, Madonna. Oje, Madonna. Oje, 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 mini. Das ist eigentlich schon wieder scheißlich vermutelt. Das müsste schon da irgendwo sein. Und das hier war ja nur... mit dem Priesterlein und so, ne? Auf den Bergen ist nichts, haben sie gesagt, ne? Hm. Aber das, das schaut sehr verdächtig aus, ne? Weil es auch keine Hochkur. Das ist ja der Vergessene Kontinente. Wie eine Doof, oder? 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 Vielleicht soll ich mal hier einfach landen. Das ist ja auch keine Hochkur, oder? Ich hätte jetzt mir eher mehr auf so'n, so'n, äh, Dings. Hätte ich da eher gedippt. Ah, falscher Knopf. Ich habe da eher auf so'n Gebäude gedippt. Ich weiß, das war scheißlich versteckt. Das weiß ich noch. Na, nicht runter. Fliegen. Ich weiß, das war richtig fies versteckt. Ich weiß nicht, dass ich da oben auf den Berg... ...und da haben Sie doch... Na, nicht so. Ich will immer... ...von nach vorne drücken, ne? Und um zu fahren, um zu fliegen. Ach, das ist nur der Vulkan. Ich glaub, das ist immer verkehrt. Ach, ich bin da sicher verkehrt. Also, es ist da nichts eingezeichnet. Ich weiß nur, dass es richtig böse versteckt war. Aber bei Weitem nicht mehr wohl. Da hat uns Herr Kuh hier hingeschickt, ne? Zu dem Kontinent. Aber da haben wir auch noch letztlich alles durch. Schokobo-Füße gezehrt. Für das Beta. Oh, ein hoher Astschweller. Oh, soll man... Jetzt wird sie ausgehen vielleicht. Gehen wir noch frische fangen, ne? Oder? Gehen wir frische fangen. Jetzt nicht? Aussteigen? Geht nicht zum Aussteigen? Wieder mal Aussteigen. Hä, warum geht's nicht zum Aussteigen? Jetzt vielleicht? Na. Hä? Darf ich noch nicht, oder wie? Ich will aber aussteigen dürfen. Ah, jetzt. Frösche fangen und so, ne? Die nehmen wir noch mit. Für heute. Na, ich glaub irgendwie... Ich bin falsch. Sicher irgendwie falsch. Ich weiß noch, ich hab damals immer lang gebraucht, bis ich das gefunden hab. Ich war auch immer auf dem Eiskontinent dort umfixiert. Ich hab das mal falsch. Falsch ist das. Alles falsch. Bei dem Moorast war man sicher noch nicht. Und da ist alles voller Flösche. Zitter. Da sieht er halt bei Flösche fangen ganz. Schon wieder... Na gut, aber beeil dich. Boah, vielen Dank, Mann. Wir haben ein Weibchen gefangen. Oh, das war falsch. Und wir haben ein Männchen gefangen. Huch. Na, wo rennst du hin? So. Und wir haben noch ein Weibchen gefangen. Und, und, zack. Noch ein Männchen gefangen. Und, zack. Wir haben noch ein Männchen. Und, 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 und. Und, nein, nicht hängenbleiben. Scheißendreck. Na komm, 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 jawohl. Ein Weibchen. Na, wieso freilassen? Du bist ein Ding. So, jetzt aber. Fangen, jawohl. Oh, da kommt Meisterquellen. Ich seh, du bist 30 Queller. Du bist auf dem besten Weg, so geheimlich des Essens kennenzulernen. Hier, das senk ich dir. Springerstiefel. Bata-dank, Meister Quillmann. Ich werde nicht aufgehen für euch. Allgeheimnisse entdeckt habe, Wapp. So. Halt. Nein. Du Mistfrusch. Jawohl, dann haben wir auch noch ein Männchen. Perfekt. Und noch ein Weibchen. Wir haben sie alle. Und tschüss. Das ging ja echt schnell. Und, Quina, bist bedient. Gar nichts, das wert ist, selbst hier zu sein, nein. Habt ihr nicht, Mann. Und tschüss. Jetzt gehen wir weiter suchen. Springerstiefel. Auch nicht schlecht. Und tschüss. Mogrimilien, genau. Mogmeier. So. Und rein ins Schiffchen. Zack. Geht's rein? So. Halt. Nein. Wenn die Nase juckt. Nicht machen. So. Drehen. Was haben wir denn da? Na, du? Was ist denn das? Na. Jetzt steige ich wieder ein. Du blödes Schiff, du. So. Jetzt lass mich raus hier. So. Natürlich gibt's einen Angriff. Wahrscheinlich jetzt ein Level 90er-Fiech oder so. Schön. Ins den Tod. Was haben wir denn da? Ein Drachilein. Wahrscheinlich sowas wie ein Winddrache. Ach so. Ja, da war ein großer Wurmschie. So, wir greifen. Ein Datzelwurm. Ein Wurm? Weiber nennt er gesagt, aber das ist ein Drache. Na ja. Lieber Quina, zum Fressen wird er noch ein bisschen zu stark sein. Wie fürchte ich. Jetzt muss ich mich rantasten. Wow. Da hat er sich hingelegt. So, liebe Eiko. Hier vor allem kann man zu futtern mit der Scheibe zu stark noch sein. Blitzker. Aha. Warum sind wir eigentlich so fernäßt? Das ist mir grad ein Rätsel. Der ist echt stark. Das taucht mir grad überhaupt nix. Und? Muss schwächer werden. Ja, das glaube ich auch. Der ist echt stark. Äther geklaut. Da kann man voll trainieren. Ich glaube, jetzt sind wir sowieso K.O. Das wäre zwar gar nicht schön. So. Liebe Eiko. Na, was drückt er denn zusammen? Nach unten. Nach unten. Du hättest was anderes auswählen sollen. Magie interessiert dich nicht. Du Depp. Einmal mit Brotus. Und bin hin. Na, aber stark vergift. Ach, Schutz. Schau. So, jetzt aber bitte Phönixfeder auf Eiko. Da. Ja, sieh. Alles hin. Super. Heilige Magie bitte. Heilige Engel auf Zitanen. Wo bin ich denn da jetzt lang hingeraten, bitte? Das ist mir jetzt grad blitzig auf alle, ne? Scheiße. Ja, sieh. Okay, der ist stark. Aber das war jetzt auch unfair. Wir haben ja da irgendwie, ähm, mit echt schlechtem Leben angefangen. Aber ich glaub, das stimmt schon dort, wo wir sind, oder? Boah. Ich hab keine Ahnung, ob das richtig ist. Ha, ha, ha. Ah, schön. Können wir fortsetzen? Überrieß mal. Ja. Moorast. Springerstiefel hieß das, ne? Kontrollieren wir gleich, ob wir die Springerstiefel im Inventar haben. Äh, na, so ist gar nicht eine gute Idee. Mit Anlegen sind wir, glaube ich, schneller. Anlegen, ja. Springerstiefel. Ja, Hammer. Äh, warte. Kann ich da was klären? Das war zu schnell. Na, eher nicht. Das war gut. Gut, gut. Das ist gut. Ich speier sofort. Ähm, auf der Stelle. Der ist stark. Wäre aber geil zum Leveln. Ich werde mal zelten. Irgendwas stimmt da gerade nicht mit den Steiner. So wenig Leben dürfte er gar nicht haben. Wir speichern selbstverständlich. Der war echt cool zum Besiegen, muss ich echt sagen. Da bin ich schon sehr gewillt, ein bisschen zu trainieren, sag ich mal. So, fertig. So. Äh, weg. So. Nichts mehr. Danke. Das ist mir gerade echt ein Rätsel. Steiner ist gesund. Was macht denn da so viel Schaden? Auf jeden... Nein. Auf jeden Fall mit Rubin Karfunkel. Rubin Karfunkel. Mit dem Karfunkelviech. Wir müssen auf jeden Fall was machen hier. Oh, je, verdammt. Hm. Schindkröte. Die war, glaube ich, nicht so schwer. Ja, immer du zuerst gewinnern. Du bist so gierig. Die Elfen. Nein. Jetzt ist er, glaube ich, nicht. Ja. Das war zu viel. Das war zu viel. Das gut. Na gut. Na gut. Boop, boop, boop. Klin hat Level abbereicht. Einmal Potion. Einmal High Potion. Und ein bisschen Gil. Wo ist jetzt mein Schiff? Da. Herrschaftszeiten. Einsteigen. Äh, da drüben war das jetzt, ne? Ha. Ach, kurze Dippen. So, jetzt fliegt. So, da war's. Da war's. Ich weiß, dass man da mal her... Wo ist man da mal her? Ich habe keine Ahnung. Wow. Ein Kampf will ich noch machen. Ich weiß, ich werde sterben. Wahrscheinlich. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, so würde ich sagen. Bist du nicht der Drache? Ja. Burm. Entschuldigung, sehr. Burm. Toxin-Art. Das ist wirklich nicht. Ähm. Fressen. Das ist nicht alles momentan nichts. Blaue Magie. Tausend Stacheln. Ah, ich glaube, das ist, wenn es du angreifst, besser. Wir rufen Karfunkel auf jeden Fall. Komm, Eiko. Wow, verfehlt. Hui. Rubin-Glanz. So. Nass-Hauch. Totalabwehr. Was kann... Ach, ich hätte das erst mal ein bisschen schreit. Bug und Blitz. Was kann das? Fügt neutral. Elementar-Schaden zu. Tausend Stacheln zu. Tausend Tablet auf. In die Nacht. Engelspeise. Ich habe schon recht viele Frösche. Ach so. Je nach Anzahl der Frösche ändert sich die Schadensgröße. Wir haben schon recht viele. Schauen wir doch mal, oder? Den mal echt probieren. Wir haben schon recht viele Frösche. Boah. Mit Quit. Das ist doch schlecht. Wir haben schon recht viele Frösche. Ach so, dann müssen wir es dann ausschalten. Wir werden Feenrieh rufen. Muss man dann bei Eiko schauen, ob sie schon eine neue Beste lernen könnte. Ob sie was Neues anziehen könnte. Aber diesmal schaut es gut aus. Muss man dann die Pfeilen anfangen. Unter den Gesteinern. Ah, der Drachen schaut toll aus. Für mich ist es ein Drachen. Das Design gefällt mir gut. Wir wissen einfach mal. Vielleicht kann man die ja schon fressen. So, wer kriegt das? Ich krieg das andere. Steine mit den Schwer wahrscheinlich. Na, er kriegt sich selber abstimmen. Welche Funkel. Das hat... Alter, das hat man hingehauen. Heilige Magie. Jetzt geht es überhaupt heilen. Darf man? Oh. Ding ist aus. Und kannst du ihn fressen? Ungenießbar. Der Grund, den fressen. Das ist gut. Jetzt ist er weg. Schön. Jetzt bin ich gespannt, was wir da jetzt bekommen. Ja. Ja. Ist okay. Wupp, 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 wupp. An alle, die Level abbekommen haben. Ich glaube, gelernt hat auch jemand was. Das werden wir uns noch ganz fix anschauen. Mit anderen Lügen. Da geht, glaube ich, ho... Ah, Goldkäppchen, ne? Sind wir jetzt fertig? Und sonst haben wir daweil nichts. Würde ich sagen... Ja, ausnahmsweise den daweil. Ähm, die gute Eiko. Engelsding braucht sie noch. Baskin-Mütze kann man vielleicht weg tun. Kannst du hier was? Goldkäppchen. Sauber-Armreif. Geht da irgendwas? Nein. Vitri-Weste. Geht da irgendwas? Nein. Phoenix-Daune braucht sie noch. Okay. Ähm, der gute Steiner. Eine neue Waffe vielleicht. Gibt es da schon was? Ja. Fegefeuer. Sehr gut. Spangen-Helm. Da ist nichts Neues. Edel-Fäustling-Dingens. Ja. Eisenhandschuh. Gerne. Die Gold-Dings braucht er noch. La-Pis-Lazuli braucht er noch. Gut. Der gute Kivina. Bistro-Gabel. Ja, besser wird's nicht. Ähm, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Spannstuch ist auch schon vor allem. Vielleicht gibt es ja was, was er werden kann. Nö. Nö. Wie landet? Hat keinen Bock? Gut. Würde ich sagen, ist okay so. Ich werde speichern. Das war nämlich ein guter Kampf. Zelten gleich umspeichern, ja. Wenn wir jetzt ein paar Zelte aufbrauchen, aber da wäre echt cool zum Leveln, ey. Das Schiff ist gar hinter Nähe. Die Gegner sind schön stark. Das würde sich glatt ein bisschen rentieren, im nächsten Part einfach mal ein Level-Part wieder zu machen und vielleicht die Leute auch auf Level 50 hoch zu jagen. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Würde mich freuen. Fertig. So. Weil Zidane ist eh schon bald Level 50. Und sonst brauche ich nichts mehr. Danke. Auf jeden Fall, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.